Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und willkommen zu diesem kleinen Info-Video meinerseits. Ich wollte euch nur kurz informieren über das Projekt Hateros, was momentan auf meinem Kanal läuft. Und zwar habe ich beschlossen gehabt, das Projekt jetzt leider doch abzubrechen. Und zwar aus dem Grund, dass ich glaube, dass das nicht wirklich so spannend ist. Ich habe jetzt den zweiten Part hochgeladen, aber habe gestern gemerkt gehabt, dass ich wirklich nur eine halbe Stunde lang Kommando-Befehle in der Konsole eingegeben habe. Und ich glaube, das ist wirklich nicht gerade ein Game, was wirklich gut geeignet ist zum Let's Playen. Also man muss schon wirklich extrem krass nachdenken. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich eins mehr, wo ein bisschen mehr Story ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das Game wirklich gut ist, wenn man so alleine ist und die Zeit da auch rein investieren kann. Aber wie gesagt, ich will lieber die Zeit nutzen, um ein anderes Spiel zu bringen. Ich habe da auch schon eins in Aussicht, das werde ich auch heute Abend gerade starten. Aber vorerst ist das Projekt Hateros wahrscheinlich von meiner Seite her abgebrochen. Weil, ja, ich kann mich da einfach nicht so rein begeistern. Und das bringt euch dann auch nichts, wenn ich da mit null Begeisterung an das Projekt rangehe. Das wollte ich nur kurz sagen. Vielen Dank, dass ihr bis hin dann geguckt habt. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Projekt dabei. Was dann wahrscheinlich sogar vielleicht heute Abend schon kommen wird. Und ansonsten dann morgen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Euer Nia und ciao. Bis zum nächsten Mal.